wir sind jetzt im studio in der kamera ist der murat der begleitet uns heute hier wo sind wir wo sind wir heute in der schweiz land land quad sind heute hier in land quad bei don jima ah ne magic jima magic jima und mastermind die machen jetzt gerade die pfeife und dann geht es direkt weiter dann haben wir one punch man und ohne dich und dann machen wir einen neuen sound pass mal auf die strecke von ihr ausrichtung dauert etwas länger wir wurden hier groß mit mir nicht im viertel auf teller denn da wo ich herkomme werden die jungen zappere männer ich lauf diesen weg nicht alleine meine frau neben mir untersteht der kamera bist du bescheuert ich mache einen schönen blog video drehen wir heute morgen drehen wir video was schreibst du da für lyrics was machst du für lyrics ich versuch nur anekdoten zu nehmen so ich dann muss ich überlegen was pokémon pokémon ist du bist ja auf der jagd nach etwas wo kann man er das verpacken auch cool auf dem weg zur lüge du musst dich vorstellen wir sind im songwriting-cap in berlin und da sind eigentlich alle von euch ja und du läufst so und dann sind die da zu 10 und reden dann kommt einer dann sagt keiner was da laufen wir vorbei und reden das ist wie gesagt ich habe gesagt okay alles klar verfassungsschutz so dann habe ich erst mal ihn ihn habe ich erst mal ausgefragt so na ihn ich kann antworten ja was denkst wenn es drei drachmemo ist hast du nicht ich habe dir noch die videos geschrieben du hast per sprachmemo gesagt auf jeden fall dass du bei nola gesignt bist das kann man auch nachlegen das ist ganz wichtig das ist ganz wichtig wie spät das vor gericht so das ist ja offiziell das ist ja bis jetzt noch nicht wenn ich aber herausfinde oder recherche dass es eine sekte ist dann bist du ja mitglied einer sekte jetzt kannst du vorgericht sagen dass es nicht stimmt du wusstest nichts davon aber ja es gibt gewisse handzeichen das ist wichtig was wir jetzt reden hier für den verpassungsschutz so 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 Denn da, wo ich herkomme, werden die jungen zerfro-Männer Ich laufe den Weg nicht alleine, auch wenn es sich manchmal so anfühlt Ich werde geliebt, weil ich bin, wie ich bin und muss keine Maske mehr anziehen Ich denk an die Worte von Easy, scheißegal, ob ne goldene hängt Wir unterstützen dich da, wo wir können, denn Erfolg spiegelt nicht dein Talent Mein Manager regelt mein Business, außer ich weiß, überweist über Bad Boy Seit Mike in mein Leben getreten ist, durfte ich das erste Mal kosten vom Erfolg